In diesem Lehrfilm wird das Recycling von Kohlenstofffaser-verstärkten Kunststoffen näher betrachtet. Mit der nachhaltigen Entwicklung von CFK-Recycling-Centern werden nicht nur die Natur und Ressourcen für zukünftige Generationen geschont, sondern auch der Geldbeutel. So kann der Einsatz preiswerter recycelter Kohlenstofffasern in vielen Bereichen teure Neufasern ersetzen und somit den CFK-Leichtbauwerkstoffen in einer Vielzahl von Anwendungsfeldern zum Durchbruch verhelfen. In einer Pyrolyseanlage können aus alten CFK-Bauteilen wiederverwendbare Kohlenstofffasern gewonnen werden. Die einzelnen Verfahrensschritte der Pyrolyse werden nun genau untersucht. Zuallererst werden die Produktionsabfälle sortiert sowie händisch zerkleinert und auf einem speziellen Gitter mit definierter Größe positioniert. Anschließend erfolgt die pyrolytische Zersetzung bei Temperaturen über 500 Grad Celsius frei von Sauerstoff. Die benötigte Temperatur hängt vom verwendeten Binder ab. Das aus langen Ketten bestehende Epoxidharz wird aufgespalten und hält die Kohlenstofffaser nicht mehr länger zusammen. Kleine Moleküle gehen dabei sofort in die Gasphase über und werden über einen Ventilator abgesaugt, aufgefangen und zu einem speziellen Brenner geführt, welcher den Pyrolyseprozess antreibt. Läuft dieser stabil, so wird keine weitere externe Energie mehr benötigt. Im nächsten Schritt werden konstruktionsbedingte Metalle über Magneten aussortiert. Als Endprodukt liegen jetzt reine Carbonfasern vor. Die Oberfläche bleibt aufgrund des saugenden Prozesses nahezu unbeschädigt. Für die Anwendung ist von höchster Bedeutung, dass die stabile Kohlenstoffstruktur erhalten bleibt. Sie ist wichtig für viele Materialeigenschaften. Diese Fasern werden zu Pellets, Fasermehl oder Streifen verarbeitet und anschließend industriell für neue CFK-Bauteile wiederverwendet. Zusammenfassung Durch Recycling von Kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen kann die energie- und kostenintensive Neuproduktion von Kohlenstofffasern eingeschränkt werden. Das macht CFK zu einem lukrativen Werkstoff für viele Anwendungsbereiche. Das macht CFK und einem in den nächsten Methoden einen Volkthausfen Vielen Dank.